Na ja, wir glauben, dass der Einsatz von KI auf der guten Seite der Cybersecurity ja schon seit Jahren vorgenommen wird. Wir glauben aber auch, dass KI auf der Gegenseite den Cyberkriminellen mehr Möglichkeiten eröffnet. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass man nicht nur Technologie einsetzt, sondern dass man sich auch die Intuition von Menschen zunutze macht. Wir brauchen natürlich die Korrelation gerade von maliziösen Ereignissen, damit wir überhaupt durchblicken auf Organisationsebene. Was bedeutet das eigentlich für mich als Organisation? Wir brauchen aber auch Menschen, die den Zusammenhang herstellen können. Was muss ich jetzt mit diesem Event eigentlich anfangen? Muss ich das beachten? Wie gehe ich dagegen vor? Deswegen sind ja viele auf der Suche nach Managed Sock-Anbietern. Und wir glauben, dass die Kombination von künstlicher Intelligenz als Technologie, menschlicher Intuition, menschlicher Expertise und Erfahrung vor allem auch, das bestmögliche Ergebnis garantiert.